Offiziell präsentiert von der IWA Auto Classics, Eyes on Target und unseren Partnern Geco Ammunition und VfG Weapon Cam. Herzlich Willkommen bei Low Ready Media. Ich bin Herr Ferdi und heute live auf der IWA 2023 unterwegs. Und jetzt beim Stand von Hoffmann mit etwas ganz Besonderem und zwar mit der neuen CEF Technologies AR-15 Core Elite. Hier haben wir eine 16 Zoll Version. Wir gehen einfach mal durch von hinten nach vorne und zwar Magpul Furniture. Also das heißt, das ist der Magpul CTR Stock. Dann haben wir den Magpul MOE Handgriff. Dazu ein ATC Flat Trigger in Gold. Wir haben hier eine verkürzte Ambidextress, also zweiseitige Sicherung. Standard Magazinauswurf, ebenfalls Standard Staubschutzklappe. Dann haben wir einen 14 Zoll langen Handschutz in M-Log. Und wir haben hier einen Matchlauf verbaut und dann die CEF Technologies eigene Mündungsfeuerdämpfer. Wer sich dafür interessiert, einfach gerne mal bei Hoffmann vorbeischauen auf der Homepage. Wir verlinken auf jeden Fall unten drunter unter dem Video die Seite von Hoffmann. Dann würde ich sagen, schaut gerne mal rein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020